Hallo Leute, herzlich willkommen zu Unnötiges Wissen Part 8, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Mit dabei sind ein paar andere Leute, von denen ich jetzt nicht den Skype-Namen sagen werde. Falls sie es doch wollen, werden sie jetzt Ja sagen. Okay, da habt ihr es. Und ja. Boah, wer ist denn dich da? Achso, das ist noch da egal. So, das ist immer richtig. Also für dieses Mal habe ich mich wieder nicht vorbereitet, wie immer. Äh, ja nicht, nicht. Wenn du bist, du bist du. Und das war, wäre ich jetzt einfach mal so, Schick-Mit-Tik-A-O, ganz schön mal mal. Einfach so reden. Und ich habe, keine Ahnung über was, aber... Aber, keine Ahnung. Stell dich auf Stumm, das wäre... Juhu, 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 juhu. die Frage ist was werde ich heute aber weil ich ja mit ein paar Skype werde ich die Fragen was gute Themen haben also Leute was habt ihr für Themen über die Leute was habt ihr für Themen über die ich jetzt quatschen könnte Katastrophe die 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 okay wenn ihr wollt dass ich über Kartoffeln rede dann rede ich über Kartoffeln okay wer keine Kartoffeln kennt also das sind diese komischen komischen ich betone komischen die Runde geben Dinger die man essen kann aus dem die Pommes bestehen für mich geht und so ja ja ich habe gesagt ich soll über Kartoffeln quatschen die Kartoffeln sind ja sehr spannend und ja diese Kartoffeln kann man braten beziehungsweise grillen zu Pommes verarbeiten in Fett anlegen oder sonst irgendwas damit machen zum Beispiel Salat oder sonst irgendwas und ich stecke mal meinen Laptop ab Prozent pro und wenn die Loko Loko und ja eigentlich weiß ich nicht was man damit noch machen könnte und deshalb will ich jetzt sagen dass dieser Partner drei Minuten lang ist werde ich jetzt keine Ahnung Bilder von lustigen Kätzchen zeigen dafür muss ich noch was holen ah keine Ahnung ich habe echt keine Ahnung ach so ja ich könnte ich habe keine Ahnung warum nicht allgemein aber Gemüse Gemüse kann man essen so ja und es ist nicht gichtig ich habe gerade gesagt Gemüse nicht gichtig und wenn du jetzt nicht weißt das Gemüse nicht gibt sie geht dann ja ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich bin frei geschehen wow wow cool warte wir haben zu testen ja und ähm man kann viel mit Gemüse anstellen und ja ich kann es gerne ich kann jetzt nichts aufzählen außer dass man es essen kann so ja das war's ja man kann es essen und jeder der es gedacht hat es war nur da damit es schön aussieht falsch gedacht tschau 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 tschau